Servus, ja, ähm, willkommen zum ersten Video zu League of Legends jetzt, weil ich, wir haben schon eins aufgenommen, nur war das zu groß und ich hab mich in dem, ja, nicht auskam mit dem Programm. Und jetzt machen wir hier eine Runde Aham in LoL, die, die das Spiel kennen, das ist halt einfach nur auf die Fresse. Dabei ist Marcel, yo, 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 und, ähm, ja, ich hab jetzt gedacht, ähm, ich kann ja mal anfangen mit LoL, weil ich lerne das jetzt gerade, so er hilft mir dabei. Und das Aham zum Lernen von so, so angreifen und so nicht schlecht. Wir haben jetzt vorhin schon so Farming immer gemacht. Und ihr seht, das einfach nur auf die Fresse geben. Yi ist ein ziemlich guter Champion für sowas meiner Meinung nach, weil er halt, ist auch noch, so Leben bekommen kann, so dies, das. So, jetzt nehmen wir mal den Schlitzer. Oh, es war dumm, das war dumm, das war dumm. Ja, es war richtig dumm. Ähm, Merkel, niemals in den Tower Rennen. Dumme Idee. Stimmst die Idee, meinst du wohl? Ja. So, ihr könnt machen, Martin Molde, aber so. Aber wenn ihr nicht geframed werden wollt, wer kein Hurensohn sein wollt, oder gewinnen wollt, Niemals in Tower. Ist nicht klug. Ist gar nicht klug. Riecht dumm. Ähm, ich schneid so uninteressante Szenen jetzt einfach raus, sowas wie, ja, hinlaufen, oder keine coolen Parts. Dann, wenn das nicht so lang wird, das Ganze hier. Sowas, auf. Ich bin schon wieder in den Turm gerannt. Du musst dir die Rage merken, die geht ungefähr bis hierhin. Ja, ja, ich war, ich sehe das, ja, das ist ja so ein Gezeichen, aber ich, ich will auch zum, im Saar noch aufs Maul hauen. Also, ich hatte gerade schon zwei Runden gespielt, und die waren auf jeden Fall besser. Weil ich habe gerade so viel Tode, wie in den anderen beiden, nach Ende des Spiels immer. Aber hey, ihr seid live dabei, wenn ich LOL lerne. Ist doch auch was Schönes. Eventuell. Das war das Beste, was es gibt. Dann mach GG. Ja, ähm, Yi, immer schön Farming machen, weil Geld ist immer gut. Geld regiert die Elite of Legends Welt. Ha, 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 lol. Da, was er gab's da? Ähm, bei Li, Yi ist es immer am geilsten, wenn man einmal auf Schaden geht, oder auf Tanking, ich gehe ja auch Schaden, weil ich lebe eh nie lange. Tank-Variant ist eher für die, die sich mit dem Champion gut auskennen, wissen, wie sie lange überleben können. Ja. Und das ist noch nicht so sein Gebiet. Oh, lol. Ähm, bei Li, ich seine ich immer erst auf den Q-Maxen. Hau, Vorsicht. Alter, ich habe keine Chance. Es ist gerade so ein Getümmel, Jungs. Ich bin auch richtig scheiße gerade, Jungs. Ich meine, ich gehe bei Aham negativ. Ist bei Call of Duty ungefähr so ein Spiel negativ gehen. Nur mit weniger Kills. So, und wie das Enter-Messer? Alter, dieses Item ist so broken, mein Gott. Erzähl doch mal was über lol, Marcel. Ach, soll ich mir darüber erzählen? Das ist ein Spiel, wo die Community, das ist wahrscheinlich die salzigste Community, die es überhaupt gibt. Keiner kann, keiner kann den anderen leiden. Die wollen euch alle leiden sehen. Ist halt, es ist ein MOBA, also Multi-Online-Battle-Awena-Game. Eigentlich gar, was das heißt. Ich kann es aber nicht merken. Multiplayer-Online-Battle-Awena. So. Er war darum, dass er war so schön mit dem Kuh das Geld geholt. Das ist der Hauptteil in dem Spiel. Ja. Meister Schlitz. Doppelkühl, digga. Nice. Ah, fuck, ey. Ah, verdammt. Er war fast da rum. Die Kuh hätte ihn geholt. Die Kuh, digga. Die Kuh. Kuh, digga. Kuh, digga. Kuh. Ähm, wir haben das schon aufgenommen. Das ist normale Runde gestern. Nur waren wir da beide müde. Sie war zu lang, um sie zu bearbeiten. Es hat keinen Spaß gemacht, sie zu bearbeiten. Und deswegen hab ich mir gedacht, komm, digga. Auch schon eine neue. Ja. Hast ja eh Zeit. Hab ich. Hast ja eh Ferien. Soll auch so eine Art, ähm, wie so ein Let's Play ungefähr werden. Ja, es ist ein LP mit Fortschrittssammlung. Ich werd auch sehr viel so ohne es und so aufnehmen zu zocken. Ich werd schneiden, weil ich mir jetzt mal angelernt hab. So in 20 Sekunden. Ist halt einfach gar nicht so schwierig. Schlitz! Nein, mein Pentakill. Fuck my life, ey. Du hast einen Gegner getötet. Ja, digga. Schlitz! Die Serie wird sich dann einfach ins Lange ziehen bis Level 30. Länge. Und danach kommt Ranked. Werden jetzt gar nicht, sind nicht jeder einzelne Fortschritt in diesem Scheißspiel, äh, aufgezeichnet sind? das ist gar nicht möglich. Das wäre viel zu viel. Alter, fuck, die wollen mich richtig. Schlitz! Oh, nein. Nein, 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 nein. Ich untersch... Wie ich es unterschätze immer, das ist so nervig. Das ist so... straight kacke. Wo auch bei so kurzen Sachen, wie jetzt zum Beispiel A haben, lohnt es sich oft gar nicht zu schneiden, weil wir kommen immer näher zu ihrem Nexus. Und ich habe jetzt dieses... diese geile Klinge des gestützten Königs, ja, digga. Wenn ihr... die man hier spielt. Es gibt da so einen richtig kleinen Typen, der hat so... zwei, drei Abos, der heißt Hand of Blood. Der hat einen OP-Guide dazu gemacht und... es ist lustig, auf jeden Fall. Schlitz! Es ist lustig, dieses anzugucken, ey. Aber echt. Oh, die... wie die mich gedocken... Ey, die haben mich so... die haben mich so penetriert, so... Mund und... anderes Loch. Pass mal auf, ich nehme die jetzt richtig... Family Friendly. Ja. Aber ich... eigentlich... ja, nur so scheiße, damit ihr, ähm... eine Steigerung seht. Eigentlich nicht viel besser. Ich werde schon Challenger. Mindestens. Minimum, Diggi. Minimum. Ähm... Zack. Alter, dieses Item ist so broken, mein Gott, man. Triggerst es einfach immer wieder, wenn du kurz unsichtbar wirst. Und machst dann über 200 Schaden extra. Ach, ja, ja. Ähm, ich kann euch zu Yi nur eine Sache sagen. Ihr müsst den Q maximieren. Q? Eigentlich müssen wir den E maximieren. Wenn du das so nimmst. Ja, aber... Ich bin der so Q. Vielleicht kann man eine... Stange vom Basketball gestanden. Oh, hier ist gerade richtig Action-Action. Schlitz. Oh, lol. Mein Fress, das geht auch. Schlitz. Alla, wo du schon wieder stehst, Mann. Hult. Hult. Brenn der Ball. Kannst du mit Sau schnell wegkommen, nicht vergessen, ne? Ey, wie habe ich das überlebt, Digger? Hult. Es ist ganz froh sein, dass du die Tower-Arcronik gezogen hast. Aber seine. Aber seine. Aber seine. Aber seine. Aber seine. Rennen, rennen, rennen. Ich bin auf dem Weg. Ah. Oh Gott, fertig. Ach, wirklich? Hätte ich gar nicht gemerkt. Aber ich habe ihn auch. Aber das Geile ist, sowas könnte ich theoretisch rausschneiden. So, ja, die sieben Tode, pff, das ist ein Bug. Immer so richtig plötzige Schnitte, so. Voll random, so. Also, man... Man redet gerade, dann mal Schnitt. Also, ups, wie ist das denn passiert? Meine Güte. Ich habe ich alle nun. Und die Wahrheit ist ein Weg. Doppel. Ey, der eine von uns, der fickt aber auch gerade richtig alles auseinander. Wer, ich? Mit mir, mit meinen 25 Kills? Ja, du auch, aber... Ja, der steht einfach nur und benutzt seine Passive, das ist aber lächerlich. Na, und? Oh, nein, 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 nein. Du gehst weg. Ja, turn und roll auf den. Lass dich nicht von der Q treffen, dann zieht er sich. Das war zum Beispiel eine coole Szene, weil da habe ich gar nichts hochverkackt. Oh, fuck, der Tower. Lull. Lull. Das Ding ist, dass du mir gerade auch schon wieder meinen Panda geklaut hast, ne? Ich habe die Rache bekommen vom Turm. Du hast mir fucking zwei Pandas geklaut jetzt schon. Ja, aber dafür habe ich acht Kills. Boom. Und 17 Tote einfach, alter. Das habe ich noch nicht mal im normalen Game. Also normal, ich bin ADC und Lee ist kein ADC. G, Yi. Ich sage die ganze Zeit Lee. Ja, Yi ist nicht so der ADC-Typ. Ey, wir haben auch noch die Mofi, die uns tot sind. Ich habe auch nicht so gekalb, ne? Aber Yi ist halt so ein geiles Konzept, irgendwie. Ja, gehst rein. Geh mal rein. Oh, ich lege jetzt aber richtig ab. Oh Gott, du wirst zu sterben. Ult, ult, ult. Benutze ich ult. Immer die ult einsetzen. Wenn du reingehst, wenn du reingehst, wenn du reingehst, wenn du die Ulti benutzt, die Ulti. Die haben mich gerade richtig vergewaltigt, Junge. Ulti, die der Gangwege. Übrigens, umso, wenn du, während du die Ulti-Einsatz-Kills machst, verlängert sich die Dauer, ne? Ich habe mir die Verlangen, natürlich, zu spüren. Natürlich, natürlich, alles klar. Doppeltöte. Drei-Fach-Töte. Ich will auch noch mal jemanden killen, Digga. Ich will die neun Kills. Ah, nee, aber er ist neun Tode. Ich habe siebzehn Assists. EG, Alter. Tu es einfach nur zwölf. Ich habe mal selbst jemanden, so. Ich gehe da rein, um zu töten. Ich habe kein... Ich habe einen gesplitteten Penta. Das wäre jetzt nur ein dritter gewesen. Penta-Köbel. Also, nie so viele in einer Runde. Gut, das sind so... Fühlt sich auf anderen Spots. Ja. Alter. Einfach nur noch Schlitz. Einfach nur noch Schlitz. G-G. G-G. Chat. Hallo, Chat. Okay, noch nicht. Gewonnen. Was habe ich gerade gemacht? Ach so, ja. Das war's. Mein Ding geht natürlich an. Twitch. Ein G-G kleiner als drei. Und da würde ich sagen... Ich freue mich auf das nächste Mal. Was ist das für ein Kreis? Na, egal. Und... Haut rein.